Ich werde ihn auch mal drinnen. Ich kann mich noch erinnern, da war noch dieser Drache. Mal gucken, ob der noch da ist. Ah ne, der ist nicht hier. Der ist ja nicht hier, der ist ja auf der anderen Seite. Da gehen wir mal hin und gucken, ob dieser Drache existiert. Der ist ja wieder schwarz-drache. Der ist ja verfolgt, hat den noch mal platt. Alter, die Rüstung klappert aber auch wie bescheuert. Klack, 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 klack. Hey. Aber es ist keine Sache, die mich gleich umstellen könnte. Ich rede von Barrensfahndermähl. Sei doch Gott. Ja. Das will ich ja machen. Ich bin nicht hier. Nothin' zu sagen hier. No undesirables oder any suspicious hacktivity of any kind. Seriously, what is this country coming to? With guards like these, who needs criminals? Anyway, not our problem. Come on, let's head uptown. Was ein Typ. Die 2000 Goldmünste haben wir. Sie schütte ich euch in den Ärmel. Wenn der wüsste, wie reich ich bin, der hätte auch 20.000 verlangen können. Ja, hier habe ich dann doch eins Dings. Schluss, ich werde diesen Drachen finden. Ich darf jetzt hier oben rein, ohne Probleme. Denn ich bin der Lichtbringer. Okay, in den Seiten. Jetzt kommen wir. Oh, wir kriegen nur Settenbuch. Wenn ihr hier seid, um ein Wort, könnt ihr einfach durch die Gitterstäbe mit ihnen reden. Okay, wir gucken uns mal gleich um. Oh, wir haben hier mal ausgeräumt. Haben wir hier mal ausgeräumt das Ding? Oh, wir haben hier mal ausgeräumt das Ding. Oh, wir haben hier mal ausgeräumt das Ding. Oh, wir haben hier mal ausgeräumt das Ding. So viele Wachen, ja, so viele Wachen. Was klotzt denn so, du damnlack. Ich will nicht hoffen, dass du im Sinn hast, mich hier rauszuhönen oder so. Was, ich bin hier gar nicht frei, denn mir gefällt es hier, kapiert Jetzt, äh, hauptsächlich kann ich die Tür öffnen Ja, aber die Tür will König der Kriminellen Turban ist Räuber bei uns Gegenstände Guru Schädel Ne, ich will dich nicht rausnehmen, ich hab trotzdem aufgemacht Aufgemacht haben wir trotzdem mal So muss das sein So, dann gucken wir mal hier hinten Das ist Hm, unser Zelle ist nicht mehr da, wie es aussieht, oder? Nö, ist kein Loch mehr zu finden Wir haben uns das schon zugestellt mittlerweile Ich hab denen das wahrscheinlich verraten Äh, vorderzauberer, find's ja nicht Nö, 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 nö Oh Nö, 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 nö Alter, das interessiert mich grad nicht Na komm, verschwind Mach den verschwinden die Brüste Klingeln 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 So, Höhen. Komm. Schwarz hat gerade der Grinser nicht erscheint. Na, dann machen wir auf. Okay, da haben wir zum Dich-Tree. Dann machen wir uns mal auf nach Fernand. Das wird mir nicht gerade als einzig sein. Ach, Herrli, wir sind doch schon richtig. Hier muss das Buch sein. Oh Gott, das wird ganz seriös durchsuchen wegen einem Buch jetzt. Schön, dann geht der noch. Weil die Schreibung von Fernand hat auch immer sehr... Relatives. Oh, der geht raus. Das will ich ja nicht. Interessant. Ein bisschen Abbruch-Tasten dafür geben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eine große Stadtkirche, yeah. Keine Bücher der Art. Da haben wir noch ein Buch, sehr schön. Ja. Ja. So macht man sich bei den Leuten. Mein Schimärenfürwirt, den hatte ich hier noch nicht. So macht man sich bei den Leuten. 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 Ja, das geht um die beiden. Um Hendrik und Jasper. Eugler. Das ist mir jetzt im ersten Moment nur der englische Name eingefallen ist, das ist natürlich auch sehr interessant. Das ist natürlich auch sehr interessant. Das ist... das ist... Da komm ich nicht raus, ne? Muss ich tatsächlich zurückgehen, ey. So, dann haben wir das fast abgeklappert. Da sind noch die vier Häuser. Würde hier auch ganz gut hinpassen. Der... so als... alter Geschäftsmann. Da haben wir auch meine Laden hier kaputt. Jetzt wo er uns hilft, können wir auch seine Laden kaputt machen. Boah, nicht mehr hierher, komm. Gib dir keinen Grund mehr. So, gehen wir ja auch. Oh, nix. Dann schnell hier rüber. Und hier komm ich nicht rein. Und da drüben komm ich da rein. Ja, da komm ich rein. Auch nicht das Richtige. Dann auf ins Schloss Da müssen wir es jetzt aber langsam hoffentlich finden Da sind gleich mal drei Bücher Eins davon ist es, komm Hier steht jetzt bestimmt was anderes Ja So, dann haben wir das Buch Sehr schön Doch, etwas schneller als gedacht Teleportation in Firnland Naughty, das sollten wir irgendwann auch mal besuchen, stelle ich fest Haben wir noch gar nicht besucht Monsters walk the land once more Erdrea is under threat Are we gonna stand around here all night or are we gonna take action, huh? I'm game if you are Let's hit the road, partner Sirien Bis zum nächsten Mal.